so schlüssel stein ist drin warte 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 auf felix denn dennis sagt okay den timer auf 13 und wenn denn das sagt ach so ja ich brauche den timer wenn er timer sagt oder marken 13 sekunden damit der mussten ist echt nicht normal felix ist echt übel der magenspiegelung machen habe ich bisher irgendwie kein bock gehabt mich anzumelden ja alles gut recht drauf wenig massiv erführung ja wie immer alles klar gibt dann gleich durch und schießen die zwei dicken vom boss auch noch auf das ist nett hilf mir bei den bomben bisschen hat gar keine instanz mit einem kompromiss kann gerade kein explosiv machen also wir sprechen immer selten drüber in dem kieler felix siehst du jetzt zuerst durch es ich würde als erstes durchgehen und wie machst du was ganz freundlich lauf einfach also größere problem ist ja eigentlich dass felix kann extra spielt das hätten wir jetzt die exos gibt machen können ja also eigene schweiße ist hier felix und ein teamwerk kicken kein team player einfach kicken denn das ist ein teamplan für diesen monat schüss felix und jakob lässt du durch er sogar mein pilz gelassen hat jetzt will er wissen ich war schon bereit meinen meine seelengestalt zu nutzen aber jetzt nicht ready ich mag mal die kars sind alle endlich Das hat man kaum gemerkt. Fast gar nicht wehgetan. Fast gar nicht wehgetan. Machen den ohne Targets das Erste, ne? Weil Totenkopf ist sonst immer zu routiniert. Ja, den Totenkopf ist immer schlecht. Dennis, ja. Ja. Ja, okay. Ja, aber auch schnell in der Idee. Ich glaube, dass noch ein Dennis da ist, ne? Alter Time! Fwahler, Lassel! Fwahler, Lassel! Fwahler, Lassel! Fwahler, Lassel! das ist ja ausgehen diesmal sie trotzdem bei 30 prozent oder von süßen 35 sekunden also kälte Helios, kannst du ster... äh, X-Fix? Oh, ich bin die nächste. Ich bin die nächste. Ich bin die nächste. 4, 4, 4, 4. Steht, 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 alles gut, alles gut, steht. Das ist der Policer, ich weiß halt, was du drauf achtest. Mal gucken, ob er danach wieder ready ist, ne? Hat der nicht Stand am Arsch der Welt? Ja. Ich kicke den ersten, den er auf X hat. Eigenmäßig. Felix. Ich. Marek. Anti 4 ist noch nicht ready. Ja. Ist ja jetzt durch. Ne, jetzt kommt er. Jetzt habe ich ready. Oh, sammeln, deswegen ist es noch nicht anders, jetzt kommt er. 3, 4, 4. Locked. Ich brauche mal einen Rangekick auf den X. Na, ne, rin. Äh, hat jemand Kudons für den Ingra, dann... Ah, wohl, ne, lohnt es jetzt nicht mehr, den zu umbasteln. Moment, lass ihn einfach umprügeln. Kommt kein Anflitz mehr durch. Nein, kannst du X kicken? Komm mir. Geht kann ich? Jetzt kann ich. Schau mal. Ach, mal ein bisschen weg hier, es ist alles sehr blau. Ihr habt den Baum gleich hinten. Hier, geht nicht. Hab nix. Hab nix. Boah, noch ein drittes Mal spielen, Alter, das wird jetzt richtig hart. Hat der mal noch was mit dem Baum reizt? Ja, ich bin hier in State doof, ich hab noch Krühe, was am Laufen. War ich nächstes Mal auf X? Ich bin. Meine sind raus, meine Coulons. Der Karstik, ah, wird nehmen erst. Mach ich den ersten auf X? Ich hab jetzt aber mal gekickt. Okay, okay. Knapp raus. Hier, hier, steht ihr. Steht, steht. Ich kann nochmal den Baum, komm, was? Was noch? Wir erinnern uns nicht mehr, das wäre nicht, das wäre Overkill. Beamer, Beamer X, Beamer. Vorsicht vom Baum. Okay, ist weg, ist weg, perfekt. Perfekt. Boah, der hat halt uns zweimal die Börse zerrissen, ne? Einmal eigentlich, oder? Ne, beim ersten Mal hat es Dennis Börse zerrissen. Ja, ich bin auf 10k DPS in Klasse gekommen, also das war halt. Ja, okay, okay, okay. Mach die shit an. Ja, mach mal. By the way, Boss geht in die Mitte. Oh boy. Geamer. Geamer. Elad Agro, ihr müsst aufpassen, wenn der Splash-Schuss kommt, der könnte nach oben ziehen. Die Bäume wechseln wir erstmal ins Stun rein. Ein Target ist auf dich, Marek, muss aufpassen. Kick'n, 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 Kick'n. Genau, hab alle, all safe. Auf Mitte hast du gesagt. Mitte, genau. Ach, genau. Wenn der Splash kommt. Ich bin auf Kondom. Marekstern? jetzt haben wir die dinger dran ich glaube ich ohne kreis war leere blume mit kreis das ohne kreis egal ob da kein auge für gerade wenn es nichts für den hier danach kann ich pride wieder kombassen hütet euch erreicht ihr fürs pride das heißt wenn ihr jetzt schon den ausgang finden könntet könnten wir nach dem freudel hat die schnell weiterlaufen es ist ein welches kann zumal beiseite achtung volle blume alles andere ist leer großen volle blume bei mir Und bleibt da einfach. Du musst Sprite? Ja. Wat? Das. Ja, wat is dat denn? Redbox. Alter, Dennis. Fuck you. Ich bin auch. Genau. Und du? Wir hätten noch ein Target frei, Diamant, Felix. Deine. Hab mein Target verloren. Also ey, komm nicht ran, ich fliege hier durch den Raum. Ach, den Anmarkt. Ja, grad ein Stun reingekommen. Alles gut. Bin frei. Das ist ein Counter. Okay. Ach, die gehen nochmal schnell weg, grad die Explosive. Und Dennis wieder gezaubert oder? Ne, das war glaub ich der Fahner. Eine hab ich sogar gemacht. Instant, Alter. Ja. Hallo, ich mach die auch immer mit. Ähm. Leeres Glatt. Der Kriegglatt. Krischig. Krischig. Ohne Kreis. Ohne Kreis. Ohne Kreis, ja. War Robert eigentlich mit bei jetzt bei dem Explosive? Ja. Also anwesend ja, aber ob er wirklich etwas gemacht hat, ist eine andere Sache. Das machen seid ihr doch zuständig. Ohne Kreis, ja. More, kannst du alles dann? Ne, ich beloß. Ich hab nur taugens dann. Das werden schon mal an die Dinger drang nehmen. Ah, hier oben ist leeres Kleeblatt. Ausgefülltes Tepple. Weiß. Ab hier nix, ich hab dann Pride wieder Ich bin auf Kondom Jetzt müsste eigentlich Boss kommen, also direkt hier rechts dran Ja, nach dem Pride Alter Leute, so schnell kann ich gar nix Das ist ja jetzt doof, wobei die Geschicht sieht immer wieder hinten Ist nett Ja, auf der, wo es egal ist, für E-Kombust, weggekleaft Dennis, beam mal, wenn du kannst Wieder durchgekommen, die Pflege Boys, das ist jetzt richtig RIP Achtung, 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 Achtung Lass mal, Felix, zieh mal Bloodlust Warte So Also, beim Pride ist ein Blatt voll mit Kreis Seid jetzt irgendjemand interessiert Weißt doch, ihr baust jetzt, ne, ne Wir haben ja 50-60% Ja, ja, ja Und Dennis wird ja eh der, bei Dennis Genau Dann sind es viel zu viele Prozente Weapons of order Felix, call mal immer, wenn du übernimmst, den Ad Bach Rutsch Lauf, kleines Mädchen Lauf Hahaha Volles Kleeblatt hinten Mach den Vulpin Achtung, Explos, Explos, Explos Ich hab grad kaum was Uuuu, die hin Nahrer Missord Schblau Mami Ach, den Vulpin Die Expos sind fies Schblau Schblau Nahrer Kopp Ich helfe mir Combust in die Zwischenphase, dann in die Mela geht, kann ich halt keine Orbs machen. Bafs sehen wieder. Nein, Starman ist dabei. Passt, achso. Oh, okay. Aber jetzt kannst du. Man macht Mist. Ja, bin dabei. Dodge. Hier vorne bei uns. Ja, mach ich. Obfassen Sie den nicht? Dodge. Dodge. Kleebler. 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 Dodge. Kleebler. Kleebler. Dodge. попад заявler. Kleebler. Ich'll nochmal eine Radies Zwischenphase, komm schon. Kleebler. Basis. Gelda nix mehr hin. Biri, chết 살� health Kleebler. Nie seid schon raus. Nix mehr herum, Alter. Melee, Melee. Noch know Hoe? Mach ich. jetzt können wir durchziehen. Eeeeeehhniyyyyy. Flock. Bawau ma. Loo maos. Nicht ausgefüllt, ne. Nein, 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 das ist 2, 2, 2, das Viereck. Ja, ja, die meinte ich ja. Aber es sind mehrere nicht ausgefüllt, das war ein bisschen dumm der Call. Krieg mal jetzt raus, war alles gut. Dennis, nachdem, Dodge. Dodge. Nice. Harder Kampf eigentlich, ja? Die hat Leben ohne Ende, die Mälicke. Das ist echt übel. Ich mach schon, ich geh weiter. Ja, okay. Warum können wir? Ich hab hier eh keine Cooldowns. Kick den ersten. Narek, heb mal deinen Kick für die Regeneration auf. Widerstand mach ich. Probierst du Explosives zu machen? Ich kann dem hergucken, dass ich die bisschen Mach auch. Ich will wohl, ob ich eh nix zu tun. Jetzt kann ich keine mehr machen, jetzt muss ich meine Instance wieder saven. Alles gut, ich mach das noch weiter. Ja, pullst du dann zusammen, oder? Pullst du die hinten auch noch? Wir pullen rechts die Gruppe und die in der Mitte. Ja, okay. Dann haut ihr jetzt raus, ich heb für den zweiten Big Pull auf. Ich mach dafür jetzt Explosive. Ja, ja gut, dann mach ich beim zweiten Explosive. Ja, wobei, ich hab jetzt eigentlich auch nix. Ja, dann mach du jetzt ne Hauwitzig mit rein. Ja, ja, genau. Aber beamen bräuchte ich gleich bei Kondom, mal bitte. Hab's noch nicht, alle, ne? Und weiter dann gleich hinten durch. Keine Akko. Mach ich noch mal ein Stück hoch wieder, wenn es geht. Ja, ja, geht, geht. Geht mal die Paddler. Geht mal die Paddler. Ja, ja. Ich kann jetzt grad nur nicht allzu viel machen, weil... Ah, sieht uns da bei gerade allen so? Ja. Hab alle Ads, allzu. Ach, das soll er ist. In drei Sekunden hab ich sie wieder. Ach, Junge, diese verschissenen Säure-Dinger, ne? Nein. Ab, fuck, hoch zehn. Ah, sieht gut aus. So, ja, kannst du da ins Private-Wass-Land-Z-Internet? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ne, ich habe Ketten-Entee-Ready, ne? Passt auf, ich hab... Ja. Oh, ne, dann spielen wir mit High-Cooledowns. Dann, ja, genau, dann kommt ein Stück zusammen, bitte. So ist gut. Könnte ich den werden. Also, geh mal raus. Und dann hau ich danach High-Cooledowns raus. Ich hab auch noch. Watt. Wie alter Time. Karek, Afton, ich trau dich weg. Der FCD läuft. Oh, jetzt wird's ne enge Ding leer sein. Kannst du tatschen? Ja. Aber er ist ab 50k. Ab ihn. Ab wieder CDs ab. Dann mach ich, probier Explosives zu machen. Ich schau directly... Ich schau directly ins da raus. Mach den ersten Widerstand. Auf Kondom. Kann sein, dass ich gleich noch ne Bob schrei. So. Jetzt bräuchte ich nen B. Sehr schlecht. Counter. So. Am besten nimmst du den Enrage von den Fliegeviechern runter, weil die gehen auf euch. Ich wende. Unabbar. Ich hab noch nichts. Ne, nach der Pull jetzt ist grad nicht so schlimm. Na, Kars das. Für Cooledowns gehabt hätten wir auch beide zusammenfüllen können eigentlich. Die sind relativ egal. Du kannst jetzt ja nicht mitpullen, ich hab wieder ready. Also ihr könnt jetzt wieder... Ja, wenn die Kleen alle tot sind, dann werden wir ja Bomben machen. Ich wollte nur kurz den ersten Dörster auskommen lassen, weil die Kleen eh nicht haben. So, wer macht jetzt drei von euch da noch? Kann ich machen. Gucken, dass die relativ gleichzeitig dann umfallen. Sind alle Enrage? Einfach Kalten. Haben Vortex reingelegt. Ja, ja, ich wollte es nur Callen. Ich hab eh noch nen Ring, also berühren können die nicht. Dumpfright hab ich, ne? Alter, ich hasse das so. Der magst du immer dieses Scheiß Target verlieren, ey. Ja, man. Das fack mich auch so oft ab. Das hat mir schon so viel Damage gerippt, einfach. Also Kettenernte hätte ich wieder ready, wenn wir jetzt ein Stück näher kommen. Oh, mal glaub ich nicht. Also du hast Kulung? Ja, ich hab reingezogen. Ja, passt. Ich war noch. Wollen wir dann... Ja, ne, ne, ne. Meinst du? Mach ich einfach? Oh. Passt, passt, passt. Wir haben 20 Sekunden, haben wir gebraucht. Geht sich relativ gut aus. Dennis? Na. Na, meine Nameplates waren über dir. Ich hab dich schon gesehen. Ja, Battle. Ah ja, okay. Ich hab schon direkt angefangen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Kampf rausch, gönnt euch. Wenn man hier nur der Boss da ist, mach ich die Bomben. Also haut einfach voll auf den Weg. Ich hab einen am Arsch. Oh, da haben wir grad geschickt gehabt. Geht das mal, äh kick das mal. Hast du Convokey already? Jetzt. Ich hab grad umziehen. Okay, so wir würden... Ich stehe jetzt noch ein bisschen was in die... ...weird rein. Jetzt komm. Auf mir. Ich geh mit, ich geh mit dem Boss. Du wirst die Raufs mir helfen. Da bin ich allein. Ja, bin dabei, bin dabei. Hüttet euch. 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 Okay, ich hab dann gleich wieder Combust ready. Seid noch gleich wieder... ...Eadows kommen. Hüttet. Jawoll. Oh ne, jetzt ist Gedankenverbindung. Jetzt kommt es. Ich zieh Komp... äh, Kompass. Auf, äh, unterm Heiler. Lauf den Boss rein. Lauf den Boss rein. Lauf den Boss rein. Stun kommt. Stun kommt direkt in den Boss. Ich kann jedenfalls... Ich kann jedenfalls... ...Bütet euch. Ich kann den Boss grad nicht kicken. Einer von, weil ich muss den Boss kicken. Cooler und. Halt... ...Parasit kommt. Jetzt bin ich wieder erfreulich. Ich hoffe nur, dass wir wenigstens jetzt einen guten 20er bekommen werden. Erstmal muss der liegen. Doch muss er nicht dauern. Gütet euch. 20er diese Woche werden auf jeden Fall echt verdammt haarig. Ja, was soll alle ein bisschen tun? Nur Sinn. Hat die wieder Einer wat? Ich hab nichts. Ne. Lauf, Jakudi. Zieh Bubble, wenn du kannst. Na, ich bobb mich gleich. Wollen Vortex geliegt? Ja, traurig. Ich hab' bekommen, 20er Theater. JPE. Danke, nein. Ciao. Ey, die, äh... Oh, scheiße. Oh, muss ich groß, ne? Dann bin ich weg. Muss ich richtig groß. Wo muss ich weg? War mit damage?